Wie kommt man an diese Eigenkompetenz des Kunstbetrachters? Und das ist, glaube ich, ein zutiefst künstlerisches Denken, weil ein Künstler, na Gott, der geht morgens ins Satellier, will etwas machen, was keiner braucht, will etwas machen, für das es keinen Markt gibt, will etwas machen, wofür er keinen Auftrag hat. Er macht das. Er muss unglaublich daran glauben, dass das, was er macht, irgendjemand außer ihn selber interessieren könnte. Und das ist dieses Vorgehen von ihm dann an die Kunst gewesen. Da ist etwas, muss man das verstehen? Muss man nicht verstehen. Aber er wollte das verstehen und hatte dann diese unglaubliche Energie, dieses Verstehen wollen, den Studenten zum Beispiel, seinen Lesern oder seinen Vortragsgästen mitzuteilen. Also sie mitzunehmen auf diese, ja, ich weiß nicht, was es ist. Es ist eine Exkursion, ohne zu wissen, wo man hinkommt, wo man ankommt.